Hey, what's up? Big City Beats, einer der Top-DJs aus Korea, ist natürlich hier bei uns bei Big City Beats TV. Welcome! Hi! Hello, I'm DJ Soda. You are looking at Big City Beats TV. How do you feel? Because you're gonna go in the sky and then you're gonna be dropped. How does it feel in your mind? I'm so scared and I'm so excited. Sebastian, how are you, my love? Everything's fine, everything's fine. We're just... It's impossible to imagine. I think I will realize only when I will be in space in zero gravity. So, yeah, for the moment I'm just excited and I hope everything will be okay. A really crazy idea, but I think we will solve it at the end to make our goal, yeah. Hey, Melta, baby. The one and only, the best cook of the world. Ben Breiter, not the best cook of the world. That's not good. I mean, Breiter, because it tastes so good. You see? But Tim is cooking. Yes. I'm so excited, that's what he's doing. I'm so excited. I'm so excited about my body. I've seen you, as an Olympiaseer-Weltmeister in the tournament, all the athletic, top-trained people. And then comes the big TV-Koch. I'm afraid that I don't swim. And that I'm really scared in the sandbag, with whom nobody plays. And he's still on land. That's still the fun thing. I had to think, at least, I was one of the self-opters. Soweit ich informiert bin, bewegen wir uns in einem Zeitraum zwischen 20 und 30 Sekunden in der kompletten Schwerelosigkeit. Das allerdings über den Zeitraum mehrfach. Ich habe Wechselklamotte dabei. Sie haben mir gar nicht so viele Gedanken um mich gemacht, aber ich habe gedacht, wenn die anderen da irgendwie Freifahrt machen, vielleicht gibt es ja andere Menschen, die damit umgehen können und dann bin ich dann nicht mit der... Weißt du? Ich möchte nicht ins Detail gehen. Wir sind hier mit Timmy Trumpet? Oder ist das echt... Oh mein Gott, was wird passieren? Wir werden auf einem wirklich großartigen Aeroplane gehen und werden die erste Trumpet-Spieler in Space. Ich bin sehr glücklich. Wir werden diese Trumpet-Spieler geben und werden dann werden wir... Wir werden eine Party in Space geben. Das ist krass, nicht wahr? Ich weiß nicht warum, aber es ist trotzdem großartig. Es wird glücklich sein. Ich kann nicht warten. Wir sind hier mit dem one-and-only-Foto-Führer in Space. Jungs, wir gehen... Wo gehen wir hin? Äh, in Space! Crazy, Alter. Crazy? Ja, totally. Es ist ein Schwerelosigkeitsparabelflug. Das heißt, wir werden ihn dann 22 Sekunden lang, 15 Mal 22 Sekunden lang in der Schwerelosigkeit verweilen. Obwohl wir da natürlich nicht verweilen, sondern wir dancen, weil es ist ja eine Disco. Okay, aber was wird erwarten? Kotzbomber? Wie immer vor dem Club gibt es jetzt erstmal eine Pille und zwar eine gegen Übelkeit. Und dann schauen wir mal, ob die 15 Unterberg sich rächen oder nicht. Hallo, meine Damen und Herren, wir sind die Fantastikin Vier und ihr seid bei Big City Beats TV. Das ist das letzte Mal, dass ihr uns als normale Erdlinge erleben werdet. Ab sofort könnt ihr uns Space Captains Officials nennen. Kill! Yeah! 1, 2, 2, 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.